So, guten Morgen. Heute ist Vatertag und hier ist irgendwas verschmiertet am Boden. Ja, hier kommen Geschenke. Was ist denn das? Eine Picknickbank. Ja, da kommen eigentlich die Kürbisse rauf. Die Kürbisse? Von mir, die Pflanze. Hast du die gebaut? Ja, aber bloß mit einem heißen Kleber. Das hat dann keine Stimme gemacht. Oh, nein, nein, meine Brune braucht eine Stützhilfe. Die lehnt sich schon an. Ja, ist doch gut. Und Skadi hat auch ein Geschenk für Papa. Wow. Was? Geschenk. So schön. Das ist toll. Jetzt habe ich eine Bank. Papi sing. Papi sing. Das kannst du Papa geben. Das ist für Papa, ne? Dankeschön. Papi sing. Das ist deine Hand so groß? Ja. Da auch? Ja. Da steht da was drin. Ja. Da steht da was drin. Oh, blau auf blau. Einen dicken Daumen hast du. Oh, grün und blau. Und hier? Blau. Rot. Und rot. Rot. Toll. Hauke auf, fertig. Hauke auf, fertig. Hauke auf, fertig. Hauke pack dich. Ja. So. Piep. Fertig. Mama, wie ist die? Schleifchen. Ich habe sie zwei gerade nicht gegossen. Schleifchen. 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 Ja schön, danke schön. Hauke. Nein, du musst doch nicht. Schleifchen. Ein Schleifchen. Ich habe ihn so. Lecker. Hauke. 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 Und der Melone. Ne, was? Kürbis. Und der Superbohne. Und der Superbohne. Hauke. 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 Danke schön. Ja, das ist doch schön, oder? So zum Vatertag. Das liebt man doch. Hauke. Hauke. Haut du mögen, mach hau? Fantastisch. So lecker. Hauke. 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 Das ist so dünn. Hauke. Die sind dünn. Ich glaube sie hätte ein Ei mehr reiniques kommt. Oh ne. Hauke. 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 In der Schule ist das auch passiert. Hauke. Hauke. Kannst du auch Eierkuchen in der Schule essen? Kannst du essen? Nein, jetzt Koffeln, Puppen, Apfel! Verletzt hat das bedeutet ja wohl nicht. Ich muss ja meine Papi angewiesen. Ich weiß nicht, weil die da mal den nächsten zu gehen. Aber erst wenn meine Haare eklig sind. Auch wenn meine Haare eklig sind? Ja, weil wenn ich mit der erste Waschnecke gehe, und dann muss ich die gleich hinter waschen. Ich weiß nicht, du machst nicht schlecht für Papa. Ein Tag meine Regenjacke kam mir, bei meinem Vater. Ich konnte die nicht beeinflussen. Dieser Beruf ist nicht aus diesem Gummi rausgegangen. Ich musste die tatsächlich waschen. Kannst du das? Papa, habe ich gefunden, du hast! Du hast! Du hast! Mami? Vielleicht ist das sogar ein echter Stein. Könnte sogar sein. Kann sein. Könnte sogar sein. Wie? Ich hab ihn weiß. Ich hab ihn mir geschafft. Ich hab ihn vom Künstler. Und das ist so. Wie? Ich hab ihn auf. Wir kommen mal rein. Wie? Wer? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Papa, ich will nicht die Kamera. 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 sage ich Water. Papa, ich will nicht die Kamera. Das sah nicht. Papa, ich will nicht die Kamera sein. Papa, ich will nicht die Kamera sein. Vielen Dank. Vielen Dank.